Freunde, was geht es? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Heute HSV gegen Karlsruhe, DFB-Pokal-Viertelfinale. Ich gehe mit meinem Kollegen Jakob hin und ich treffe mich erst mal mit dem und dann fahren wir mit dem Bus, Bahn, nach Stellingen, holen uns dann einen Spieltagsschall und dann gehen wir ins Stadion. Let's go! Und einen Spieltagsschall bitte. Man zieht bitte. Man zieht. So, wir sind jetzt hier erst mal Stellingen bei der Station. Ich habe noch einen Spieltagsschall geholt. Jalla. Und wir warten jetzt noch kurz auf die Freunde vom Kollegen und dann gehen wir ins Stadion. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Stadion. Im Stadion sind wir, aber wir beginnen jetzt im Block. Wir sind wieder so spät dran, Junge. Es ist auf fünf Minuten oder so. Das Spiel beginnt gleich. Alles verpasst wieder. Perfekt. Egal, wir sind gleich da. Junge, so nahe, Digga. Einfach so ein kranker Platz. Wirklich, Digga. Unglaublich. Einfach die erste Reihe, Digga. Holy shit. Das war, wenn ich nicht glücklich. Das war, wenn ich nicht glücklich. Ist das lieber nicht. 수도UU U! Applaus Oh! 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 Ja! 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 Ja, Mellman! Ja! 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 Ich so ein geistes Kampfspiel ist, einfach nicht capitalism wie Bremen! Beide Seiten hat so viele Chancen in einem Spalmpaket zu machen Aber mein Tor止 ist deutlich 沒有! Neδα! Je Spin! Du schaust! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ganz kurz zum Spiel. Es war wirklich belastend. Beide haben extrem viele Chancen, Digga, dass du das 1-0 kassierst. Ich bin euch ehrlich, ein bisschen belastend, aber ich hoffe, eine gute zweite Halbzeit. An der Stelle kommentieren, wenn ihr ein bisschen gut habt. Ja, das ist so knapp, wieder so knapp, Digga, wow. 2-0 geschossen, Digga, unglaublich. 50. Minute, Digga. Ja, es zählt auch. 50. Spielminute, Tor für den K2-Ziel. Digga, gebrochen, Mann. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 5-0. Ja! 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 1-0. Ja! Ja! Oh, mein Gott! Ja! 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 Oh! Das war's für heute. Spiel! 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 Komm, komm! Ja, bringe ihn! Ja! 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 Ja, du nehmt! Ja! 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 Das war das erste Mal, dass ich live im Stadion Elfmetersitz war. 2-2, Elfmetersitz. 2-2, Elfmetersitz. 1-2, Elfmetersitz. 2-2, Elfmetersitz. 2-2, Elfmetersitz.